sehr geehrtes auditorium ich wollte mich noch mal melden mit einem kleinen update für den rest des jahres und anfang nächsten jahres was geht noch ab sehr viel wie immer goethes erben auf dem orte moon diese woche noch dann spielen wir mit lind in heuerswerda zum wettbewerb die heuschrecke da ist ja sowieso ganz viel passiert und wird auch noch viel passieren ich spiele solo ich spiele noch balladen und natürlich das größte ereignis dieses jahr für mich als cellist das gewandhaus konzert gossip meets classic mit letzter instanz das wird ganz spektakulär abgerundet dann alles von den eisheiligen nächten mit sapicelli wo ich mich auch riesig darauf freue fitterscreen mantra sapi alles super da hört ihr dann mehr von mir anfang nächsten jahres ich war ja sehr sehr positiv überrascht über eure große resonanz für das nächste patreon treffen das wird richtig voll war also schick bin schon ganz aufgeregt dann lege ich das jetzt fest wir machen das an dem fünften bis siebten ersten die meine meine location habe ich auch schon gebucht für das konzert muss ich leider noch bisschen location suchen weil meine lieblings mein lieblingsort wäre da der kann nicht aber wir kriegen das hin und das wird ein total schickes wochenende freue ich mich riesig drauf so fünfter bis siebter erster wer noch will für die die bloß zu gucken meldet euch ein dann geht's los last but not least auch für die dies monatige verlosung gab es regen zuspruch aber ja genau ich habe bin meine eigene glücksfee habe hier drei drei namen darauf geschrieben auf drei zettel steckte mir jetzt in die tasche erinnern noch mal es ging um die neue cd von dem jahr und meine damen und herren gewonnen hat einen raus claudia claudia geht los muss ja noch nicht mehr verschicken alles klar ich freue mich bis demnächst